Egal Wo suchst du einen Bewerderdienst wahrscheinlich? Ähm... Ein Ding... Eine Maschine... Mit dem haben viele Energy Condensator in... ...einen... ...Energy Condensator rein. Die Reel zu Bewer halt jetzt... Ich hab keine... Ich hab keine Ahnung... Ähm... Nein Das ist schon sehr toll bei dir sein... Das ist schon sehr toll bei dir, was man ist. Das ist ein Relay. Haben wir es. Ich habe so das Gefühl, es ist zu dumm. Ich habe die Tätigkeit oben geschlossen. Oder mache ich mal? So, jetzt kann ich den Schaß erfolgen. Zack. So. Ach, warte mal. Da passt schon. Zack. Oder? Was willst du machen? Ja, warte. So. Wie war es denn? Jetzt kannst du sie weg haben. Nein, wieso? Sonst weißt du. Und du musst, glaube ich, auch eine Höhe definieren. Nein, wieso? Nein, wieso? Ich habe schon probiert, aber das passt schon. Geht schon. Ich brauche aber dann so und so noch Kabel und so. Warte mal, naja, die passt drüber. Wie oft ist es, wird jetzt kaputt? Wieso? 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 Wenn du sicher sein willst, dass ein elektronisches Gerät nicht kaputt wird, macht dir ein Schraubenschlüssel. Branche. Das ist das, was du letztens von mir aufgekommen hast. Oh, das ist schon kaputt und so. Da bauen wir es doch her. Jetzt brauchen wir natürlich nur Strom. Das heißt, wir verkabeln die, die würde ich das an. Irgendwie bugt das. Warum ist das rechts? Das muss doch genau eins links daneben sein. Ah, stimmt. Vielleicht geht es nicht größer. Jetzt ist die maximale Gräse. Äh, es ist um eins verschoben. Komplett. Und die kriegst du nicht mehr weg? Oh, gehts, gehts. Noch mal probieren. Du musst es platzieren. Weil du die letzten platziert hast. Und deswegen? Okay, nein. Man muss rechtsklicken auf das Dienst aufmelden. So. Ja. Dann muss es noch mal. Nein, es braucht immer noch. Ja, dann versetzen wir das halt auch. Dann du die... Ja, das ist schon logisch. Dann versetzen wir halt das auch. Nein, lass dich mal stehen. Oh, der Zombie hat zu mir. Ach du. Ah, jetzt weiß ich, wie deiner kommt. Wie ist das denn? Der hat sich da umlaufen. Wie ist der da? Ah, nein. Ich hab dir keine Farbe gesetzt, oder nicht? Das Baum da. Wurscht. Ist wurscht. Schau, tu einfach da, wo der jetzt steht. Ja? Den weg und bau das Ding, was du... Ach so, stimmt. Der setzt sich nicht damit. Ich hab ihn, da. Ah. Naja, es geht nicht bis hin. Ey, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Was denn? Ach so. Das Ding. Keine Ahnung, was das ist. Energy Link, glaub ich, oder? Okay, das geht nicht ganz. Ja. Wurscht. Energie. Jetzt brauchen wir Glasfaserleitungen, weil sonst geht die Energie dort nicht drüber. Wieso? Weil jetzt geht's verloren, oder was? Mhm. Kupferkabel hat ein Verschleiß. Richtig krass. Aber machen wir's bitte unter, das sieht grob schon mal so aus. Passt schon. Ach so. Ja. Genau. Ja, da. Ja, fahr das... Oder machen wir da eigenes Solarpein, oder? Wie viel braucht man das? Viel. Was braucht sich, was? So viel... Walscht. Wir müssen sie verlinken. Ja, genau. Genug so. Ich weiß. Ich mach dabei ähm... Am Boden fackelen, dann. Nein, das gerade nicht. Ich mach dabei schon mal bereit. Sind wir schon mal vor, wo das dann rein kommt. Daher, ich kann... äh, wie geht das nochmal? Na, so, das ist nicht so. Wie baut man nochmal Pumpleitungen? Leitungen, die nennst du. Mit Start und Spielen. So Leitungen. Ich check's nicht. Na, na. Doch, ich weiß es. Was ist passiert? Ich war grad mit dem Spielen. Na, wo ist denn der hergekommen? Ich weiß es nicht. Wie, das ist jetzt... Oh Gott, das ist neben der Maschinen. Oh, na, oh, na. Ist jetzt weg? Das sieht gut aus. Nein, der eine hat schillend gesehen. Oder? Ist er noch da? Ist er noch da? Nein, ist ich nicht. Wo wohl? Da liegt er. Oh Gott, sie da. Weil ich hab... Oh, nur noch! Nein, nur noch! Nein, nein, nein. Das war Mist. Jetzt ist der zweite explodiert. Wo kämen die bitte alle her? Das spürt ein Back und Spivox. Nein, das ist nicht. Und Spivox schon? Wo geh... Bitte... Fünf von diesen Trümmern. Jetzt fackle ich alles zu, bitte. Kann's nicht sein. Und da noch einer Spawn, dann... Da. So, dann schauen wir's. Die hat's aller Wist. Der Wist. Keine Ahnung. Der Wist. Servus. Du hast nur Stör. Der Wist. 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 Ich hab ihn direkt neben dir gespawnt. Das ist ein Cheater. Ich wusste es. Der kann gar nicht erspauen. Sonst. Der Wist. Achso, na. Ein paar Stunden vor. Hier. Ja. Ach, die Treppen hat's mitgerissen. Das ist so. Na. Den wird bestimmt doch nicht mit der Hechte. Oh, wo sind die da da nachhäh? Doch, dann hat's die Treppen getrissen. Puh. Ist wenigstens alles noch da? Nein! Ah doch! Hm! Schiff! Ha! Nein! Oh, ich da, ich da! So, wo habe ich das gesetzt gerade? Ein paar Fackeln aus Platzi! Ja, man... weißt eh! Ich zucke da nur aus, sonst... Stimmt das jetzt vielleicht gleich? Genau, das passt! Schauen wir mal, wie viele Tiere sich schon... Ha! Normalerweise kann man es da hin machen, dann kann ich es da hin machen. Ich habe noch kein Tier! Hast du gerade legs oder so? Nein! Nein, jetzt kann es nicht! Du brauchst von der Fabrik auch noch so ein komisches... Was? Pool! Was ist denn Pool? Damit ich ohne Probleme runterspringen kann. Ach so! Siehst du, hat es aber jetzt einen Parkplatz, das geht jetzt nicht weg! Weißt du, was du machen könntest, damit wir deine Dears kriegen, die du... Äh, vor allem Dears, die für deine Glasfaserleitung gebraucht haben? Nein! Den komplettes Feld ab Bohren und oben, jetzt am Dach stehenden Energy Condensator reinhauen! Ach so! Ja! Wir brauchen Dears, also für die Leitung! Und dieses Geld auf dich steckt wirklich komplett verloren! Oh scheiße! Wir überziehen den Part aber voller Weg! Wohl! Also... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ja, willkommen zurück zum neuen Part! Da lädt es ja 8 Minuten länger, das ist also ganz viel! Was sollen wir machen? Wir sind auch nicht perfekt! Noch nicht! Noch! Ich habe irgendwie Angst, dass da gleich wieder ein Creeper reinkommt! Ich habe nur mehr Angst für Creeper! Ich drehe mich um, bumm! Ich drehe mich um, bumm! Ich drehe mich um, bumm! Ich circa! Alle paar Minuten zerreißt es dir irgendwas! Ich habe, glaube ich, in Minecraft noch nie so viele Probleme mit Creeper gehabt! Ich schaue mal nicht! Ich habe, glaube ich jetzt! Ich habe schon Angst, oder? Nein, aber wirklich! Achso, der kommt mir nur noch auf... ... aber, dann denke ich nicht, dass da aufzukommen kann... so für den nicht mehr viel schau mal bis wollen die Leitung schon geht echt ist die Stoßes Gedeutung nein ich bin nicht verrückt Moment mal, ist man verrückt, haben wir das Ding so abgebaut oder wie? nein, das ist deine Haken so ah, jetzt kennt er sicher da rennt schon wieder ein Creeper rum, wie wahnsinnig zwar nicht in unserer Basis, sondern in der Nähe das ist gefährlich wir haben jetzt genau 753 Glas so, Mist, die Fackel kann man jetzt nicht, ah, das ist eine Missfälle unten ich will euch erst aufpassen, was ich gerade gesagt ja, ich habe gerade eine andere Bumpe, ich meine so, was, ist schon fast, ist schon fast, bist du, was gesagt, naja, ja, ist schon ziemlich weit das, das ist so, schau da raus, muss man ja eine Meme machen, komm mal her okay, jetzt ist der Creeper weg ich habe rausgeschaut und genau seine Augen haben mich angeschaut draußen ist der Creeper? ja nicht rausgehen, nicht der Solar, nein glücker mehr weg nein not again uhr Kein Bei mir hier ist der bitteschität wieder, da stecken keine Fahrgarten ifer 3K Todes 7 aber auch wie обыч 7 gar nicht 7 heurig sup Das heißt, ein Tier. Ich glaube, das ist schon bei Bitcoin explodiert. Und ich glaube, der zuckt wieder aus. Ein einziger Tier. So, genau, das ist ein bisschen viel Spayman jetzt. Für den Fakl. Da ist ja auch nichts passiert. Zwei von denen. Zwei von dem. Ein Stück von dem. Ich glaube, wir sollten einmal Niko-Lite farmen gehen. Ich glaube, das kannst du nicht wirklich Dirk desfarmen. Du musst allgemein. Ja, so oder so, aber... Was? Jetzt sollte gleich die Leitung fertig werden. Ach, Glas. Haben wir Dirk... Haben wir ein Glas? Also Glas ohne Schei. Also voll... Ja, ich habe ein Steak. Ich lege es dir dann in die Kiste rein. Da heißt, in der Fabrik. Okay. Ja. Ich wollte das nur mal klarstellen. Einmal... Nicht zweimal. Ah, meine Moos lenkt. Gibt es das? Oder gibt es dir das? Keine Ahnung. So. Marte, weißt du, was verbunden werden muss? Ja, warte noch. Ähm... Ich glaube... Das ist Energy Link. Ich habe beides verbunden. Nein, bei Energy Link, glaube ich. Wurscht. Zu spät. Ah, scheiß, Pause ist schon runter rum. Nein, du hast es nicht starten sollen. Oh nein. Hast du es noch mal abrufen? Das passt es nicht mehr. Ich muss das zuerst der Leiter bauen, irgendwie, wo das hingeht so will. Wo geht denn das hin? Das funktioniert so nicht. Wie soll das so funktionieren? Weil du einen Wooden-Pipe brauchst und eine Engine, die es rauspumpt. Schön, ich glaube, das liegt schon im Kreativen, wo das ausprobiert ist. Das ist so gegangen. Ja, passt. Auch gut. Ich setze einfach durch, ich setze einfach die Kiste noch mal durch hier. Genug, ja. Genau. Kannst du nicht mehr nur umleiten. Ich habe halt jetzt noch eine, was ich gesagt habe. Äh, wir sitzen, es ist gut. Also. So, jetzt geht's. Let's show. Es wäre der Licht. Und, Boucher, oder? Nein, nein, du sagst. Nice, da auch noch. Tut sie was? Nein, jetzt. Fakt schon. Ja. Das ist eh so. Schauen wir mal, ob es jetzt die Kiste geht. Ist ja auch, ist schon drin. Oder? Nein, das ist es drin. Nein. Komisch, ich zackt's gar nicht auch. Normalerweise zackt's auch, wie die durch die Ging zu führen. Achso, wahrscheinlich, dass es dann eben ist. Das geht recht schnell, ja. Ich glaube, ich grobe ein Ume zum Lager und lasse da deine Füße, oder? Weißt du's? Kannst du auch machen. Nur, dass es dauert jetzt schon eine Zeit bis unten ist, aber dann ist die Anleitung ziemlich unnötig abgetan. Also, lass es mal rein. Falls ich über eine zweite Kiste fahre, das sollte aber reichen. Ah ja, das bis das früh ist. Also, wenn wir das, wie die Kiste fahre, das alles, das heute keine Kiste fahre, das muss ich auch.